Erbarmen von Jussi Adler-Olsen Gelesen von Wolfram Koch und Sarah Grunert Aus dem Dänischen von Hannes Thies Eine Produktion von der Audio Verlag Sie kratzte sich an den glatten Wänden die Fingerspitzen blutig und hämmerte mit den Fäusten an die dicken Scheiben, bis sie ihre Hände nicht mehr spürte. Immer wieder tastete sie sich in der vollständigen Dunkelheit bis an die Stahltür heran und bohrte ihre Nägel in den Spalt. Aber die Tür ließ sich keinen Millimeter bewegen und die Kante war scharf. Als sich schließlich die Nägel von ihren Fingern lösten, fiel sie keuchend auf den eiskalten Boden. Ihr Herz klopfte zum Zerspringen. Mit aufgerissenen Augen starrte sie in die undurchdringliche Finsternis. Dann verließ ein Schrei ihre Kehle. Ein Schrei, der ihr in den Ohren gälte, bis ihre Stimme versagte. Als sie den Kopf in den Nacken legte, spürte sie wieder die Ahnung frischer Luft, die von der Decke herunterströmte. Wenn sie Anlauf nähme, könnte sie womöglich dort hinaufspringen und sich an irgendetwas festklammern. Vielleicht würde ja doch etwas passieren. Ja, vielleicht wären die Teufel dort draußen gezwungen, zu ihr hereinzukommen. Und wenn sie schnell genug war und mit ausgestrickten Fingern auf deren Augen zielte, würde es ihr vielleicht gelingen, sie außer Gefecht zu setzen. Und dann konnte sie vielleicht entkommen. Sie saugte an ihren blutenden Fingern. Dann stützte sie sich mit den Händen vom Fußboden ab und zwang sich aufzustehen. Blind starrte sie an die Decke. Wer weiß, wie hoch die Decke war. Wer weiß, ob es überhaupt etwas gab, woran man sich festhalten konnte. Aber sie musste es versuchen. Sie musste einfach. Sie zog ihre Jacke aus, faltete sie sorgfältig zusammen und legte sie in eine Ecke. Dann setzte sie mit ausgestreckten Armen zum Sprung an und stieß ins Leere. Ein paar Mal wiederhote sie das, lehnte sich schließlich an die Wand und ruhte sich kurz aus. Dann nahm sie erneut Anlauf und sprang mit aller Kraft hoch ins Dunkel. Die Arme ruderten nach irgendetwas Greifbarem. Doch wieder fiel sie zurück auf den Boden. Sie rutschte aus und als sie mit der Schulter auf den Beton aufschlug, versuchte sie ein Stöhnen zu unterdrücken. Aber als ihr Kopf gegen die Wand knallte und sie Sterne sah, schrie sie laut auf. Danach lag sie lange Zeit vollkommen still da. Sie hätte gern geweint. Aber wenn die Teufel da draußen sie hören konnten, glaubten sie sicher, sie wolle aufgeben. Doch sie würde nicht aufgeben. Im Gegenteil. Sie musste auf sich achten. Für ihre Peiniger war sie die Frau im Käfig. Aber über die Abstände zwischen den Gitterstäben bestimmte sie selbst. Sie würde weiterdenken, sich mit ihren Gedanken die Welt öffnen. Sie würde ihnen den Gefallen nicht tun und verrückt werden. Es würde ihnen nicht gelingen, ihren Willen zu brechen. Niemals. Das beschloss sie dort auf dem eiskalten Boden. Und sie spürte kaum den Schmerz in der Schulter und das Pochen über dem rechten Auge, das längst zugeschwollen war. Früher oder später würde sie ihnen entkommen. 2007. Karl trat einen Schritt näher an den Spiegel heran. Mit dem Zeigefinger fuhr er sich über die Stelle an der Schläfe, wo ihn die Kugel gestreift hatte. Die Wunde war verheilt, aber die Narbe zeichnete sich am Haaransatz deutlich ab. Sofern sich überhaupt jemand die Mühe machte, hinzusehen. Und wer zum Teufel sollte das schon tun, dachte er und betrachtete prüfend sein Gesicht. Er hatte sich verändert. Die Falten um den Mund waren tiefer geworden, die dunklen Ringe unter den Augen nicht zu übersehen. Augen, die etwas ausdrückten, das nie zu Karl Mörk gehört hatte. Gleichgültigkeit. Nein, er war nicht mehr der Alte, der erfahrene Kriminalbeamte, der für seine Arbeit brannte. Er war auch nicht mehr der elegante, großgewachsene Jüdländer, bei dessen Anblick sich Augenbrauen hoben und Lippen öffneten. Aber was zum Teufel bedeutete das alles auch schon? Er knöpfte sein Hemd zu, zog das Jackett über. Den letzten Restkaffee kippte er weg, dann knallte er die Wohnungstür hinter sich zu. Die anderen konnten ruhig merken, dass es Zeit war, aus den Federn zu kommen. Beim Zuziehen der Tür fiel sein Blick auf das Namensschild. Das musste er endlich auswechseln. Vigga war schon vor langer Zeit ausgezogen. Die Sache war gelaufen, auch wenn sie noch nicht geschieden waren. Er ging in Richtung Hestestin. Falls er den Zug in 20 Minuten erreichte, blieb ihm Zeit, um Hardy eine halbe Stunde oben im Krankenhaus zu besuchen, ehe er im Präsidium sein musste. Er sah den Kirchturm, der rot über die nackten Bäume ragte, und er versuchte sich bewusst zu machen, wie viel Glück er gehabt hatte. Immerhin lebte er noch. Nur zwei Zentimeter weiter rechts, und auch Anker wäre noch am Leben. Nur ein Zentimeter weiter links, und es hätte ihn erwischt. Läppische Zentimeter, die ihn von dem Weg zwischen den Feldern und den kalten Gräbern auf dem Friedhof wenige hundert Meter vor ihm trennten. Karl Merck wollte das alles gern rational verarbeiten, aber das war schwer. Von Tod wusste er nicht viel. Nur, dass er so unvorhersehbar war wie ein Blitzschlag. Und unendlich still, nachdem er eingetreten war. Aber wie gewalttätig sterben sein konnte und wie sinnlos, darüber wusste er alles. Das erste Mordopfer in seiner Laufbahn hatte sich förmlich in Karls Netzhaut eingebrannt. Gerade mal zwei Wochen nach Abschluss der Polizeischule war das gewesen. Da lag, klein und zart vor ihm, eine Frau, erwirkt von ihrem eigenen Mann. Die stumpfen Augen und ihr Gesichtsausdruck verfolgten Karl über Wochen. Seither waren ungezählte Fälle dazugekommen. Jeden Morgen hatte er sich innerlich gewappnet und sich vorgestellt, was ihn wieder erwarten würde. Blutige Kleidung, wachsbleiche Gesichter, eiskalte Fotos. Jeden Tag hatte er sich die Lügen der Menschen angehört und ihre sinnlosen Entschuldigungen. Jeden Tag ein anderes Verbrechen, jeden Tag neue Methoden. 25 Jahre bei der Mordkommission, der Kriminalpolizei, härteten ab, hatte er gedacht. Bis zu jenem Tag. Da hatte er einem Fall gegenüber gestanden, der seinen Panzer durchdrungen hatte. Man hatte ihn und Anger und Tadi nach Amar geschickt. Über einen holprigen Schotterweg waren sie zu einer verfallenen Baracke gefahren. Dort sollte eine Leiche ihre Geschichte erzählen. Wie so oft hatte der Gestank einen Nachbarn aufmerksam gemacht. Wieder so einer, der ganz für sich lebte und sich am Ende in seinem eigenen Müll friedlich hingelegt und sein alkoholisiertes Leben ausgehaucht hatte. Das hatte man so lange geglaubt, bis man den Nagel entdeckte, der ihm ein Druckluftnagler in den Schädel geschlagen hatte. Wegen dieses Nagels war die Mordkommission der Kopenhagener Polizei eingeschaltet worden. An jenem Tag war Karls Team an der Reihe. Weder er noch seine beiden Assistenten hatten Einwände, auch wenn sich Karl wie gewöhnlich über den Arbeitsdruck aufregte und über das langsame Tempo der anderen Gruppen. Aber wer hatte ahnen können, dass dieser Fall dermaßen fatal enden sollte? Dass kaum fünf Minuten, nachdem sie in den Leichengestank eingetreten waren, Anker in einer Blutlache am Boden liegen und Hadi seine letzten Schritte gegangen sein würde. Und in Karl das Feuer erloschen war, das er so unbedingt brauchte, um seinen Job bei der Kopenhagener Mordkommission machen zu können. 2002 Die Presse liebte sie. Sie liebte Merede Lüngards scharfzüngige Redebeiträge im Parlament und ihren Mangel an Respekt gegenüber dem Staatsminister und seinen Abnickern. Sie liebte die stellvertretende Vorsitzende der Demokratischen Partei für ihre Weiblichkeit, für ihren übermütigen Blick und die verführerischen Grübchen auf den Wangen. Sie liebte sie für ihre Jugend und ihren Erfolg. Aber vor allem liebte sie Merede Lüngard, weil sie stets Spekulationenraum bot, warum sich eine so begabte und attraktive Frau noch nie öffentlich mit einem Mann gezeigt hatte. Merede Lüngard machte Auflage. Lesbisch oder nicht, sie war immer guter Stoff für die Presse. Das alles wusste Merede nur zu genau. Kannst du dich denn nicht mal mit Tarje Bargensen verabreden? fragte ihre Assistentin nun zum wiederholten Mal. Auf dem Weg zu Meredes Auto balancierten sie vorsichtig um die Pfützen auf dem Abgeordnetenparkplatz hinter dem Parlamentsgebäude. Klar, ich weiß schon, dass er nicht der Einzige ist, aber der ist total verrückt nach dir. Wie oft hat er inzwischen versucht, dich einzuladen? Hast du dir überhaupt je die Mühe gemacht, die Zettel zu zählen, die er dir auf den Tisch legt? Hast du den von heute schon gesehen? Gib ihm doch eine Chance, Merede. Und warum nimmst du ihn dann nicht? Merede schloss ihren kleinen blauen Audi auf und deponierte die Akten auf dem Rücksitz. Was soll ich bitte mit dem verkehrspolitischen Sprecher der radikalen Zentrumspartei Marion? Kannst du mir das mal sagen? Bin ich vielleicht scharf auf Kreisverkehr in Herning? Als Merede sich aufrichtete, sah sie vor dem Spielzeugmuseum einen Mann im hellen Trenchcoat, der gerade das Gebäude fotografierte. Oder hatte er sie fotografiert? Sie schüttelte den Kopf. Dieses Gefühl, permanent unter Beobachtung zu stehen, ärgerte sie inzwischen. Das war doch total paranoid. Sie musste zusehen, so schnell wie möglich abzuschalten. Talje Bargensen ist 35 Jahre alt und sieht irre gut aus, okay. Ein paar Kilo abzunehmen würde ihm nicht schaden, aber dafür hat er einen Landsitz in Weibü. Und, meines Wissens, noch zwei in Jütland. Was willst du mehr? Merede sah sie an und schüttelte den Kopf. Ja, genau. Er ist 35 und lebt mit seiner Mutter zusammen. Weißt du was, Marion? Nimm ihn. Ich schenke ihn dir. Er gehört dir. Sie nahm ihrer Assistentin einen Stoß Akten aus dem Arm und legte sie zu den anderen auf den Rücksitz. Die Uhr am Armaturenbrett zeigte 17.30 Uhr. Sie war spät dran. Deine Stimme wird bei der Abstimmung heute Abend fehlen, Merede. Und wenn schon, antwortete sie und zuckte die Achseln. Als sie in die Politik gegangen war, hatte es von Anfang an eine feste Absprache zwischen ihr und dem Fraktionsvorsitzenden der Demokraten gegeben. Nach 18 Uhr stand sie nicht mehr zur Verfügung. Es sei denn, zwingend notwendige Arbeiten im Ausschuss oder wichtige Abstimmungen erforderten unbedingt ihre Anwesenheit. Kein Problem, hatte er damals gesagt, wohl wissend, wie viele Stimmen sie auf sich zog. Dann sollte das ja wohl auch heute kein Problem sein. Nun komm schon, Merede, erzähl doch mal, was du vorhast. Ihre Assistentin neigte den Kopf zur Seite und sah sie an. Wie heißt er? Merede lächelte nur und warf die Tür zu. Es war an der Zeit, Marion Koch auszuwechseln. 2007 Markus Jakobsen, Chef der Mordkommission, war ein echter Chaot, aber ihn scherte das nicht. Die Unordnung war ja nur äußerlich. Innerlich war er seinem Empfinden nach ausgesprochen strukturiert. Alle Fälle waren in seinem Kopf ordentlich abgelegt. Nie vergaß er ein Detail. Jede Kleinigkeit hatte er noch zehn Jahre später präsent. Nur in Situationen wie der, in der er sich vor wenigen Minuten noch befunden hatte, betrachtete er das Chaos in seinem Büro mit einem gewissen Unbehagen. Wenn es vollgestopft war mit scharf beobachtenden Mitarbeitern, die sich zwischen Bergen von Akten um seine Tische drängten. Er nahm den angeschlagenen Sherlock Holmes Becher und trank einen großen Schluck kalten Kaffee. Schon zum vierzehnten Mal heute Vormittag dachte er an die halbvolle Packung Zigaretten in der Jackentasche. Jetzt konnte man sich nicht mal mehr unten auf dem Hof eine Rauchpause genehmigen. Verdammte Vorschriften. Lars, er sah zu Lars Björn, seinem Stellvertreter, hinüber. Der war auf seine Bitte hin nach dem Briefing noch dageblieben. Wenn wir nicht aufpassen, geht uns der Fahrradmord im Welby-Pork den Bach runter. Lars Björn nickte. Es ist zu blöd, dass Merck ausgerechnet jetzt zurückkommen musste. Hat gleich vier der besten Ermittler mit Beschlag belegt. Typisch. Und weißt du was? Fast alle beschweren sich über ihn und rate mal, bei wem. Als wäre er der Einzige, der sich den ganzen Mist anhören musste, dachte Jakobsen. Aber Björn hatte sich gerade in Fahrt geredet. Er kommt viel zu spät, fuhr er fort. Er kommandiert seine Leute herum, steckt seine Nase in die Felle der anderen, antwortet nicht auf Anrufe. Und sein Büro ist ein einziges Chaos. Und weißt du was? Jetzt hat sich sogar die Rechtsmedizin über ihn beschwert, die Rechtsmedizin, das will was heißen. Egal, was Karl durchgemacht hat, Markus, wir müssen was unternehmen, sonst weiß ich langsam nicht mehr, wie unsere Abteilung funktionieren soll. Markus hob die Augenbrauen. Er sah Karl vor sich. Eigentlich mochte er ihn, aber dieser ewig skeptische Blick und immer diese zynischen Bemerkungen. Das war langsam wirklich nicht mehr auszuhalten. Ja, ja, ich weiß schon, was du meinst. Eng mit ihm zusammenarbeiten, das konnten wohl nur Anger und Hardy. Die zwei waren ja jeder für sich, auch kauzig genug. Markus, die Leute sagen es nicht so direkt, aber Merck ist ein Albtraum. Und das war er im Übrigen auch schon vorher. Der passt hier nicht hin, wir sind einfach zu sehr aufeinander angewiesen. Als Kollege ist Karl eine Katastrophe, und das war er vom ersten Tag an. Warum hast du ihn überhaupt aus Bellahoye hergeholt? Markus sah seinen Stellvertreter fest an. Weil der Mann ein fantastischer Ermittler ist, Lars, war und ist. Ja, 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 ich weiß, dass wir ihn nicht einfach vor die Tür setzen können und schon gar nicht nach dieser Sache. Aber dann, Markus, müssen wir uns was überlegen. Er ist erst gut eine Woche wieder im Dienst. Wir müssen ihm eine Chance geben. Wie wäre es, wenn wir ein bisschen schonend mit ihm umgingen? Sehr witzig. In den letzten Wochen sind hier mehr Fälle aufgelaufen, als wir bis zu unserer Rente bewältigen können. Und du weißt, dass darunter ein paar richtig große Dinger sind. Das Feuer draußen am Amerika-Way. War das jetzt Brandstiftung oder nicht? Der Bankraub am Tom's God's Way. Ein Toter. Die Vergewaltigungsgeschichte in Thornbü. Das Mädchen ist elendig verreckt. Die Messerstecherei im Südhafen. Ein Jugendlicher aus der Gang musste dran glauben. Und dann auch noch dieser Fahrradmord im Wellbü-Park. Ganz zu schweigen von all den alten Fällen. Bei den meisten haben wir nicht mal einen Anhaltspunkt. Und dann sitzt da so ein Albtraum wie Mörg. Unleidlich, faul, mürrisch, nörgelig, total mies zu seinen Kollegen. Und sorgt dafür, dass die Gruppe auseinanderbricht. Und du willst, dass wir den Schongang einlegen? Markus, schick Mörg zum Teufel. Wir brauchen hier frisches Blut. Ich weiß selbst, dass das hart klingt. Aber ich meine es ernst. Der Chef der Mordkommission nickte. Er hatte seine Leute während des Briefings beobachtet. Sie waren durch die Bank wortkarg, überarbeitet und total angespannt. Klar wollten die nicht auch noch von Mörg angemacht werden. Sein Stellvertreter stellte sich ans Fenster und sah zu den gegenüberliegenden Gebäuden hinüber. Ich hätte einen Vorschlag, sagte er nach kurzem Schweigen und drehte sich um. Vielleicht kriegen wir Zoff mit dem Berufsverband. Aber das glaube ich nicht. Verdammt, Lars! Ich kann jetzt nicht auch noch mit dem Verband in Klinsch gehen. Das schaffe ich nicht. Die haben wir auf der Stelle hier, falls du vorhast, ihn zu degradieren. Im Gegenteil. Wir loben ihn hoch. Aha. Jetzt musste Markus auf der Hut sein. Er wusste, dass sein Stellvertreter ein unglaublich guter Ermittler war, er hatte viel Erfahrung und jede Menge aufgeklärter Fälle gingen auf sein Konto. Aber für eine Stelle als Führungskraft mit Personalverantwortung musste er noch viel lernen. Hier im Haus gab man Mitarbeiter nicht so ohne weiteres einen Tritt in den Arsch oder lobte sie weg. Du schlägst vor, dass wir ihn für eine Beförderung vorschlagen? Wie stellst du dir das vor? Und im Übrigen, wer soll ihm denn Platz machen? Ich weiß, dass du fast die ganze Nacht unterwegs gewesen bist und auch noch den ganzen Vormittag mit dem verdammten Mord draußen in Wölbi beschäftigt warst. Deshalb hast du wahrscheinlich noch keine Nachrichten gehört. Weißt du, was heute Morgen im Parlament los war? Markus Jakobsen schüttelte den Kopf. Björn hatte Recht, er hatte den Kopf voll mit den neuerlichen Wendungen im Wölbi-Parkfall. Bis gestern Abend hatten sie eine gute, eine zuverlässige Zeugin, die ganz offenkundig noch mehr zu erzählen hatte. Sie waren überzeugt gewesen, in dem Fall kurz vor dem Durchbruch zu stehen. Aber dann war sie plötzlich umgefallen, total verstummt. Höchstwahrscheinlich hatte man jemanden in ihrer nächsten Umgebung bedroht. Sie hatten sie verhört, bis sie mürbe war, sie hatten mit ihren Töchtern und mit ihrer Mutter geredet, aber alle schwiegen. Vermutlich aus Angst. Nein, er hatte nicht sonderlich viel geschlafen. Und für mehr als die Schlagzeilen in den Tageszeitungen hatte es tatsächlich nicht gereicht. Wieder die Dänemark-Partei? Du sagst es. Ihr rechtspolitischer Sprecher hat mal wieder seinen Vorschlag unterbreitet. Du weißt schon. Im Zusammenhang mit der Polizeireform. Und dieses Mal bekommen sie die Mehrheit. Markus, das wird angenommen. Pugh-Westergaard wird ihren Willen bekommen. Das glaubst du doch selbst nicht. 20 Minuten hat sie vom Rednerpult heruntergewettert. Und die Regierungsparteien werden sie auf jeden Fall unterstützen. Auch wenn die Konservativen natürlich protestieren werden. Und? Ja, was glaubst du? Sie brachte vier Beispiele von wirklich üblen Fällen, die alle erfolglos eingestellt wurden. Das sei der Öffentlichkeit nicht zuzumuten. Eine Polizei, die nicht in der Lage ist, diese schweren Straftaten aufzuklären. Und sie hatte noch mehr Beispiele in der Hinterhand. Das kann ich dir versichern. Scheiße. Glaubt ihr eigentlich, die Kriminalpolizei stellt diese Fälle zum Vergnügen ein? Sie deutete sogar an, es handele sich möglicherweise um einen bestimmten Typ von Fällen. So ein Blödsinn. Welche denn zum Beispiel? Zum Beispiel Fälle, bei denen die Opfer Mitglieder der Dänemark-Partei oder der Liberalen waren. Die Alte ist doch nicht ganz bei Trost. Lars Björn schüttelte den Kopf. Die andere Kategorie seien Fälle, bei denen Kinder verschwunden sind oder solche, bei denen politische Organisationen terroristischen Übergriffen ausgesetzt waren. Ausgesprochen brutale Verbrechen. Die Akten gehen dann blitzschnell zum Finanzausschuss. Und wenn du mich fragst, gibt's innerhalb der nächsten zwei Wochen eine Entscheidung. Und worauf genau soll das hinauslaufen? Auf die Einrichtung eines neuen Dezernats. Ihre Partei hat sogar schon einen Namen dafür. Dezernat Q. Keine Ahnung, ob das als Scherz gemeint war. Er lachte gequält. Und mit welchem Ziel soll das Dezernat antreten? Unaufgeklärte Fälle aufzuklären vielleicht? Genau. Das Ziel wird sein, Fälle von besonderem Interesse neu aufzurollen, so haben sie es formuliert. Fälle von besonderem Interesse neu aufrollen? Der Chef der Mordkommission nickte. Ja, das klingt nach Pugh-Westergore. Hört sich doch gut an. Und wer wird beurteilen, welche Fälle sich dieser Bezeichnung als würdig erweisen? Hat sie das auch gesagt? Sein Stellvertreter zuckte die Achseln. Okay, sie bittet uns also, das zu tun, was wir immer tun. Und sonst? Also, das neue Dezernat ist dann zwar für landesweite Fälle zuständig, aber es sieht so aus, als soll es administrativ der Kopenhagener Mordkommission zugeordnet werden. Jakobsen starrte seinen Stellvertreter sprachlos an. Das ist nicht der Ernst. Und überhaupt, was heißt denn da administrativ? Wir stellen das Budget zur Verfügung und sind für die Abrechnung und Buchhaltung verantwortlich. Wir stellen das Büropersonal zur Verfügung. Ach ja, und die Räumlichkeiten. Verstehe ich nicht. Das neue Dezernat hier in Kopenhagen soll jetzt auch uralte Fälle aus anderen Landesteilen aufklären? Da machen die in den Regionen doch nie mit. Die werden Repräsentanten in der Abteilung einfordern. Glaube ich gar nicht mal. Sie verkaufen das Ganze den Regionen gegenüber einfach als Entlastungsmaßnahme. Und die werden sich sicher nicht um diese ollen Kamellen reißen. Das soll mit anderen Worten heißen, dass wir unter diesem Dach jetzt auch noch eine mobile Einsatztruppe für aussichtslose Fälle haben werden? Mit meinen Mitarbeitern als Backoffice? Nein, zum Teufel. Das kann doch nicht wahr sein. Markus, hör doch mal zu. Es geht um ein paar wenige Mitarbeiter für ein paar Stunden dann und wann. Das ist nichts. Das klingt aber nicht wie nichts. Also, dann sage ich dir jetzt mal, wie ich es sehe, okay? Der Chef der Mordkommission rieb sich die Stirn. Hatte er denn eine Wahl? Markus, damit verbunden ist Geld. Er unterbrach sich und sah seinem Chef eindringlich in die Augen. Nicht viel, aber genug, um einen Mann in diesem Dezernat zu beschäftigen und gleichzeitig noch ein paar Millionen Kronen in unsere eigene Abteilung zu pumpen. Ein paar Millionen? Ist das die Größenordnung? Ja, aber wir sprechen hier nicht von Peanuts. Und wir werden diese Abteilung blitzschnell aus dem Boden stampfen, Markus. Die rechnen doch nicht damit, dass wir uns auf die Hinterbeine stellen, aber das tun wir. Wir legen Ihnen unser Konzept vor und stellen das Budget zur Verfügung. Die Aufgaben müssen wir ja nicht zu sehr spezifizieren. Und dann setzen wir Karl Merck als Leiter des neuen Dezernats ein. Muss er schließlich jemand sein mit viel Erfahrung. Sehr viel leiten muss er da sicher nicht, denn er ist das Dezernat in Personalunion. Also, er hat einen verantwortungsvollen Posten, den er selbstständig gestaltet. Und wir können ihn so von den anderen fernhalten. Karl Merck als Leiter des Dezernats Kuh? Markus Jakobsen spielte das alles in Windeseile einmal durch. Eine solche Abteilung konnte mit einem Budget von weniger als einer Million Kronen im Jahr auskommen. Einschließlich Reisen und Laboruntersuchungen und allem, was sonst noch dazu gehörte. Blieben immer noch ein paar Millionchen für einen Teil der Mordkommission, der sich dann auch mit eher älteren Fällen befassen würde. Vielleicht nicht gerade mit Sonderdezernat-Kuh-Fällen, aber etwas in der Art. Fließende Übergänge, das war der Schlüssel zu dem Ganzen. Genial. Einfach genial.